Halep, auch Pride of the Desert genannt, war ein arabisches Vollblut. Halep wurde zusammen mit 26 anderen Pferden von Huma Davenport aufgekauft und in die USA gebracht. Davenport war mit einem Empfehlungsschreiben Theodor Roswells an den Sultan der Türkei ausgestattet und wurde von dem Bostwohner Millionär Peter Bradley finanziell unterstützt. So konnte er Halep Nazim Pasha dem Gouverneur von Aleppo und Syrien abkaufen, der das Tier zum Dank für seine liberale Kamelsteuer vom Scheich der Annezi erhalten hatte. Angeblich stammte Halep aus Mesopotamien und war ein Sohn der letzten Stute aus dem 500 Jahre alten Manegi Bayer Stamm, während sein Vater zum Sulaiman Seba Stamm gehörte. Davenport unternahm auf Halep, ehe er ihn in die USA verschiffte, eine ausgedehnte Tour durch die arabische Wüste, um das Ursprungsland des Pferdes kennenzulernen. Dabei wurde das Pferd von den Einwohnern tränenreich verabschiedet. Auch in seiner neuen Heimat, in der es am 7. Oktober 1906 eintraf, stieß es auf Bewunderung. Der Maler George Ford Morris nannte Halep das einzige Pferd, an dem er keinerlei Makel erkennen könne, und nannte ihn zu Haleps Nachkommen zählten Meleki, R.H.U.A. und Salifai. Rennen Am 17. Juni 1907 siegte Halep im Justin Morgan Cup in Vermont gegen 19 Morgens und rief damit eine Sensation hervor. Zwei Jahre später starb Halep aus ungeklärten Gründen, weshalb der Verdacht aufkam, das Pferd könne vergiftet worden sein. Verbleib Haleps Schädel und ein Teil seines Skeletts wurden nach seinem Tod in Watts Natural Science Establishment in Rochester präpariert und dann dem Smithsonian Institute geschenkt. Wo es am 9. Dezember 1910 in der Abteilung für Säugetiere katalogisiert wurde.